In diesem Video zeigen wir euch den Fan in der Rumba. Der Fan ist eine Figur, bei der hauptsächlich die Dame einen besonderen Part einnimmt und neue Schritte tanzt. Der Herr tanzt während des Fans die ganze Zeit Grundschritt. Wir zeigen euch als erstes, wie das Ganze komplett aussieht und anschließend erkläre ich euch Step by Step, wie ihr den Fan nachtanzen könnt. Wir tanzen vorneweg einen Grundschritt und dann in den Fan. Lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, 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 lang, kurz, 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 lang und jetzt sind wir wieder im Grundschritt. Was müssen wir anders machen als sonst? Wir fangen dazu einfach mal mitten in der Figur an und ich bitte euch direkt mitzumachen. Damit das für euch etwas leichter ist, stellen wir uns so auf, dass der Herr den Rücken zum Bildschirm hat. Das heißt, bei euch kann der Mann auf dem Bildschirm drauf gucken und genau das mittanzen, was Tobi tanzt. Die Dame stellt sich mal bitte an seine linke Seite. Wir stellen uns so auf, dass ihr rechter Fuß nach vorne zeigt und er hat seinen linken Fuß frei. Wir können uns hier die gefasste Hand geben, das ist normalerweise die, die wir hier in der Tanzhaltung auch gefasst hätten. Sprich, seine linke, ihre rechte Hand und die ist locker hier unten gefasst. Wenn ihr in dieser Position seid, ist das erste, was wir machen und das machen wir jetzt ganz langsam, für ihn eine Vorwärtswiege des Grundschritts tanzen und danach den Seitwärtsschritt. Wir zeigen das einmal ganz kurz. Tobi tanzt Wiege seit und das ist das, was der Herr jetzt tanzen muss. Währenddessen tanzt die Frau ein schließen vor vor und der zweite Vorwärts teil geht auf den Herren zu. Das machen wir mal ganz langsam und gemeinsam. Ich zähle für die Dame mit. Drei, vier und schließen vor vor. Ihr seht hier, da der Herr zur Seite tanzt, stehe ich jetzt mit meinem Vorwärtsschritt vor dem Mann. Und Tobi hat hier schon die Hand nach oben genommen. Und anschließend können wir die Damendrehung tanzen, die wir ja bereits können. Eins, zwei, lang und wir sind wieder im Grundschritt. Wir tanzen das Ganze auch einmal so rum gezeigt für euch. Wir stellen uns in der Position auf. Sie startet mit rechts, er mit links. Drei, vier und schließen vor vor. Und jetzt direkt für die Frau fühlt es sich ein bisschen an, wie wenn ich mit dem hinteren Fuß mit dem linken über Kreuz einen Schritt machen würde. Das ist sozusagen der Anfang für die Damendrehung. Und eins, zwei, lang. Wir tanzen das jetzt einmal ohne Pause. Drei, vier und schließen vor. Vor, drehen, drehen, lang. Jetzt zähle ich einmal für den Herr mit. Drei, vier und vorwärts wiege seit, rückwärts wiege seit. Wie komme ich als Dame überhaupt in die Position, dass ich neben ihm stehe? Hierzu führt mich der Herr mit meiner Vorwärtswiege, sprich wenn er nach hinten tanzt, in diese sogenannte Fan-Position. Wir zeigen euch das einmal so rum, dann kann die Frau besser die Schritte sehen. Wir haben also beim Grundschritt lang, kurz, 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 lang. Und in diesem Moment, wenn ich als Dame nach rechts getanzt habe, tanze ich jetzt mit meiner Vorwärtswiege um die Ecke rum. Ich tanze also vor, rück, lang. Und schon bin ich in der Position, in die ich hin will. Und wir tanzen das, was wir bisher schon geübt haben. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Ein letztes Mal. Von hier aus. Drei, vier und lang. Kurz, kurz, lang. Die Dame vor, rück, rück und dann schließen vor. Vor und drehen, drehen, lang. Was ihr vielleicht schon gesehen habt, ist, dass die Tanzhaltung, die Hand, die wir gefasst halten und die immer hier oben ist, beim langen Schritt, bevor die Dame in diese Fan-Position tanzen soll, nach unten geführt wird. Das ist auch das Zeichen für die Dame. Jetzt kommt der Fan. 5, 6, 5, 6, jetzt und lang. Die Hand nach unten lang. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Und kurz, kurz, lang. Wir drehen uns auch hier noch einmal um. 5, 6, jetzt und lang. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Die Hand nach unten lang. Und kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Und kurz, kurz, lang.